Bauers & Wilkins hat sich nicht nur mit Lautsprechern, sondern auch mit hochwertigen Kopfhörern einen Namen gemacht. Zwar gibt es schon länger kabellose Modelle. Zum ersten Mal hat das britische Unternehmen jedoch einen Hörer mit Geräuschunterdrückung im Programm. Und dieser enttäuscht nicht. Das Design des BX wirkt, auch dank der guten Materialien, ziemlich edel. Ausserdem ist das Gerät hochwertig verarbeitet, sodass es auch einer starken Nutzung standhalten sollte. Der Hörer ist nicht nur bequem zu tragen, er reagiert auch intelligent auf das Verhalten des Nutzers. Wenn man ihn aufsetzt, wird die Musik automatisch gestartet und beim Weglegen pausiert. Dies funktioniert sogar, wenn man nur eine der Hörmuskeln anhebt. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten. Im Stadtmodus bleiben Verkehrsgeräusche erhalten, sodass man sich sicher auf der Strasse bewegen kann. Im Büromodus werden Stimmen nicht herausgefiltert. So versteht man die Kollegen oder den Chef weiterhin. Nur im Flugmodus wird die ganze Umgebung ausgeblendet, sodass man in Ruhe Musik hören oder einen Film schauen kann. Mit dabei ist auch eine Hülle, um den BX aufzubewahren und ein Kabel, beispielsweise für die Nutzung im Flugzeug. Mit Bluetooth und Noise Cancelling soll der Akku bis zu 22 Stunden durchhalten. Im Kabelbetrieb sogar bis zu 33 Stunden. Geladen wird der PX über USB-C. Von allen Noise Cancelling Kopfhörern bietet der PX wahrscheinlich den besten Sound. Der Klang ist ausgewogen und der Bass kraftvoll. Zudem kann über APTX HD Bluetooth auch hoch aufgelöste Musik übertragen werden. Flip 2 Lichere Wege Lichere Wege Lichere Wege Örch röste Musik übertragen Lichere Wege Lichere Wege Lichere Wege Lichere Wege